Hallo Fußballfreunde und willkommen zurück zum nächsten Stadion-Blog hier auf Thiele Football und endlich geht es wieder auf Schalke, lang nicht mehr zuhause in Spielgart. Letzte Woche verloren in Köln, heute das erste Bundesliga-Heimspiel nach der Rückkehr ins Fußball-Oberhaus und das gegen Gladbach. Es wird voll ausverkauft, es wird sicherlich auch stimmungsvoll. Wenn man sich mal zurückerinnert, was vor ein paar Wochen noch gegen St. Pauli los war, sollte das ganz gut werden. Also, wir machen uns auf den Weg in der Arena und dann geht es gleich auch los. Zuschauer getroffen, was Tipps sind? 2-1. 2-1 zu uns? 2-1. Na gut, alle, wir gewinnen. Klar, Startelf ist da, ein paar Veränderungen gehen im Vergleich zur letzten Woche, aber das macht doch durchaus Sinn, das sieht gut aus. Daran sollte es hoffentlich nicht scheitern. Höhlt da wieder drin. Schau, komm rein. Gut. Schau, komm rein. Gut. Traumhaft. Jetzt wäre es bei Dauerkarte und ab jetzt ist das hier der schöne Platz für die Box. Wunderbar oder nicht? Nähe Nordkurve. Stimmung ist garantiert. Wunderbare Sicht aufs Feld. Traumhaft. Jetzt fehlen nur noch die Bumpen. Tschö. Das war's für heute. Der Steiger kommt. 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 Jawohl! 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 Salazar! 1! 0! Bitte! Oh! Das ist doch mal die Führung, wenn das geht in Ordnung. Jawohl! 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 Ja! Jawohl! 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 Schönen! Auch schön! Gott! Tieter! Jawohl! 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 Pause ist, wir führen 1-0, müssen wir noch mehr. Gutes Spiel, muss man wirklich sagen, bis auf Defensiv dreimal schaue, gegen zwei haben nicht gute Aussagen. Nach vorne echt gut, muss man ein bisschen zwingen am Ende, kannst du auch das Zweite machen, aber Führung von dem Sol geht in Ordnung. Jetzt heißt es weitermachen, weil das wird noch ein hartes Bremsen. Also ich glaube, gerade wenn es zu Beginn der Zweite ist, du hast du ordentlich Druck machen und da musst du bestehen, wir haben schon drei gelbe Karten, auch das könnte noch mal spannend werden. Weiter geht's, Attacke. Kommt nochmal. Boah. Ja, jawoll. Oh. Ooooooh! 20 Minuten. Es geht heikel, machen sie schlecht, aber Gladbach ist auch Gladbach, die können jederzeit zuschlagen. Das sollte man verhindern. Stopp! Oh, Junge! Vorher waren die dicken Chancen auf 2-0. Wir sind Schalker! Asoziale Schalker! Schlafen unter Brücken! Brücker geht's! Oder in der Bahnhofsmission! Oh, Junge! Oh, Junge. Oh, Junge! Oh, Junge. Oh, Junge... Oh, Junge. Ich habe 첫s Corinthians get时候jungen! Wolg! Hier kann man sich selber das Spiel versorgen. Hier kann man sich selber das Spiel versorgen. Er will den Ball fangen und es hat er vor ihm. Das ist dumm. Das ist einfach dumm. Gibt es Elfmeter oder nicht? Sie gucken es sich an. Gibt es Elfmeter für uns? Komm einmal Glück haben! Es gibt Elfmeter! Die 90. Minute. Elfmeter. Die Chance zum 2-2. Bitte! 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 Komm Junge! Yunle T jego Jaamann! Nie branchen! Jaamann! еждens? Jaamann. Jaaaaaaa! Jaremann! Ja! Der Tor für unsere Mannschaft! Der Tor für Schalke! Wieder kommt der Torschütze! Der Spieler mit der Elf der Torwart Mieter! Marius! Mülter! Der Torwart der Mieter! Marius! Mülter! Marius! Mülter! Der spielt Schalke! Der Torwart Mieter! Der Torwart Mieter! Mülter! Gut, gar nicht mehr! Gar nicht mehr! Boah! Boah, dieser Verein macht den für dich! War ja eine gute Idee! Mann, 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 Mann! Junge! Ich lebeựt! Auf es Essen! Wichtig Kr são plants! Au pigeon! Ein povo species lam... Peine throne! Gott chamadovas� dir! Oh damn! Ale Boa! Na vê! Los! Tempo. manifestação! Applaus 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 Scholke ist der geilste Kruppner Applaus 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 So, das wars aus Gelsenkirchen 2-2 Hatte ich also recht mit Immerhin war leistungsgerecht Wenn am Ende noch kurz vor Schluss des 2-2 Kann man damit ganz gut leben Dann kann man das auch mal ein bisschen feiern Wenn man das so sagen möchte Wichtig auch für die Mannschaft Ich glaube moralmäßig war das nicht so verkehrt Dass man hier auch einen Punkt rettet Und der war auch verdient Gladbach war auch gut Im zweiten Durchgang vor allen Dingen Und somit war es das aus Gelsenkirchen Und es warten auch einige andere Schalke-Vlogs auf uns Und das wird eine packende, schwierige, harte Saison Aber es wird geil Also gerne wieder vorbeischauen Macht es gut, ciao Und bleiben Am Ball Musik 没 jetzt Musik Bis zum nächsten Mal.